So, jetzt hab ich mal ein bisschen mein Aussehen verändert hier. Ich hab Vitamin C Camo genommen. Wir machen jetzt hier einen Fall Kogen. So, machen wir gleich mal weiter hier. Magic Faces. Oh, ich geh sofort los. Hier war ich aber schon mal. Oh shit. Ach, dieses Ding, da schiebt einen immer weiter. So, Headshot, der ist weg. Was ist das für ein Teil da? Nicht clever, wenn man nachlädt, da rein zu latschen. Oh, direkt an den Glä... Was für ein Scheiß. Wieso spawn ich hier? Wieso spawn ich hier? Was ist das für ein Scheiß? Wieso? Wie geht es? Ich muss das nicht machen. So, jetzt habe ich auch mal gesehen, das war wohl das Katana, so sieht also das Katana aus in Action. Kacke man, hätte er klappen können, wie sieht es aus hier, der war schon tot ok. So, da schwebt man einfach ein bisschen nach oben, oh, ich bin wirklich gut. Ja, das war blöd, ich habe auf Nachlagen geklickt und, na sei sei, egal. Shit, alter, was ist hier los? Okay, ich kriege Crit ab. Okay. Ich muss dich geboot. Boah, knapp, 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 knapp. Obwohl, ich habe noch recht viel Leben, also wenn man auch viel, knapp, alt. Puh, puh, puh. Ich muss Leben regenerieren. Ja, fuck. Oh, Alter, was ist der für Sorgen hier? Was schaffe ich noch? Yo, scheiße. Meistens Score, meistens Killed, so muss das sein. So, gucken wir mal kurz, ob es jetzt was Feines zum Kaufen gibt. Über 2000. Guck mal, was macht mein Teil hier? 14, so gehen wir hier hin und merken, wir merken ihn. Wurfmesser, oh Gott. Macht aber viel Schaden. Oh, da kannst du ja nur einmal schmeißen. Kräut von Wänden ab, ne? Auch blöd. Schaden 12. Hm. 52, achso, das ist ein Musikbeschoss-Ding ins Kirchen. 66. Nee. Ach, das sind nicht so meine Teile, ich bin halt der Schnellfeuer-Typ, so Militärjacke. Die ist aber besser als die, die ich trage, oder? Irgendwie hoch. Gucken wir das Ding. Oder was macht die Käpt'n? Oh, 109 Titaniumplatte. Was ist Minus-Held? Was? Nein, Mann. Ach, komm. Ich bin sparsam, ich guck mir das Ding hier auf und ansetzen. Und weiter geht's. Komm, ich schad's hoch. Hm. Jetzt kommt mir noch kein Vorher. Hier geht's zu hoch. Nachladen, komm runter, komm runter, ja. Boah, kam ich so gerade so schlecht, weg, weg, weg. Oh, ich habe den echt noch bekommen. Wahnsinn. Wartet der jetzt, was macht der da? Ich brauche mehr Leben, ich brauche mehr Leben. Ja, geht aber nicht. Pfeife. Oh, hier geht's ab. Pfeife. 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 Sooo, komm, da kommt der Nächster Mehr will mit seinem Schrot hier, Alter Das war ne knappe Sache eigentlich Ich seh den da nicht, dieser Wichser, das macht er absichtlich Okay, der ist weg Okay, was geht hier, wer will mit seiner Schrot Ich hab ihn nicht schnell genug gesehen Zu viel Firepower, das hätt ich nicht machen sollen Ist egal Ich seh der Mann nur drumrum Ich hol dich, Alter, ich hol dich Hast du mal ein Kill gemacht, du kleine Huppie Oh, Scheiße So, Revenge Jetzt kommen wir hier mit dem Respawn Scheiße, zwei fast gekillt Oh, oh Ich bin der Typ von eben So, was ist nicht hier Ey, wir haben dann einen Schrot Komm, ey Komm, komm War klar, dass er das macht Wer hätte das machen sollen Äh War klar, ich habe das von Ich bin auf der Sommelbeetsch Er wartet da nicht ohne Grund Fuck Ich hätte mir fast nur geholfen, den Kollegen Oh, wir haben gewonnen Wir haben schon wieder die meisten Kills Das ist ja nicht normal, wie wir kriegen immer so viele Kills Aber ich glaube fast, das sind keine anderen Spieler Das sind einfach nur relativ gut gesteuerte NPCs Muss ja, die heißen ja alle gleich Ach man, bis eben dachte ich noch echt, das wären so Oh, Level 11 nicht, aber gar nicht Sick Person Damage Slash Was haben wir jetzt für coole Sachen hier? Was gut ist Ich glaube, ich bleibe bei dem Kram, den ich schon habe 6,5 Ich habe hier 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 Zurufe doch Aber das könnten natürlich Spieler sein Oder...? Ja... keine Ahnung Das war's für heute. Alter, wie oft kann der... Das ist doch nicht normal. Oh shit. Okay, also man kann ja auch so sterben. Ja, Suicide. Scheiße, das war überhaupt kein Suicide, man. Und das Ding ist heftig. Dann gucken wir noch nie wieder. Nein, 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 ach man. Wieso kann ich nicht schießen? Was war das denn? Ich muss mich mal A holen. Kacke, fast noch geschafft. Das war echt knapp, das war echt knapp. Scheiße, man, echt ein Logo. Jetzt rechts mal mit ihm. Und wie will Ketten? Okay. Ich spring hier nicht auf die Ketten. Wieso packen die so'n Scheiß da hin? Ich muss ein C holen. Barrel scan online. Oh, verdammt. Das ist schon wieder übermatscht. Oder so. Okay. Oh, ne, scheiße. Nein, alter. Von wegen Suicide. Das ist kein einziger Suicide, aber wir haben eh gewonnen. Maaan. Pah. So. Bis gleich.